Hallöcher und herzlich willkommen zurück zu Mount & Blade 2 Battlelords. Wir haben eine Verteidigung von Pernkernok erfolgreich durchgestanden. Und jetzt gucken wir mal, dass wir vielleicht ein paar Lundian Knights bekommen, nach und nach. Worüber ich mich eigentlich freuen würde, weil uns die Truppen ein bisschen rausgehen. Lundian Square, so heißen die. Bill-Man brauchen wir nicht, aber die Squares brauchen wir. Schöner Bug. Ja, die wollen natürlich jetzt hier alles haben. Machen die jetzt hier gerade eine Armee, ja? Wird jetzt, werden jetzt hier Armeen gemacht, ja? Aus dem Sinne. Wo wollt ihr denn hin? Das ist eher meine Frage. Ich glaube, die wollen alle nach oben da. Yo. Die wollen wir haben. Entschuldigen Sie. Ich will Ihnen an die Wäsche jetzt. Sofort. Oh, es knallt. So. Na, das wird haarig, aber wir haben gute Truppen, also... Lass mich da jetzt nicht so unterkriegen. Gerade wenn wir uns gut positionieren. Wir haben die Truppen, das ist unser Territorium quasi. Und wenn wir unsere Truppen hier positionieren. Unsere Arrows da hinten. Unsere Mountain Archers erstmal da hinpacken. Und die in das Skin packen. Die ziehen sich irgendwo rüber. Die wollen wo ganz anders rüber, habe ich das Gefühl. Ich glaube, wenn wir jetzt hier hinstellen und feuern, ist, glaube ich, der Kampf schnell vorbei. Und die Riders können da rüber. Ich glaube, der Drops ist gleich gelutscht. Weil ich meine, die wollen jetzt hier rüber. Ersoldert. Was wollen sie denn hier jetzt? Die wollen echt übers Wasser? Unsere Arsche können dann hier... Aua. Okay. Das ist Ende. Im Wasser. Unmöglich, uns jetzt noch zu holen. Jetzt noch überhaupt irgendwas hinzubekommen. Der Kampf ist sofort vorbei. Es tut mir leid, das zu sagen, aber der Kampf ist vorbei. Ja, komm, greift auch noch an. Da ist ein Horseman mal gestorben oder so, aber... Oh, den wollte ich erwischen. Schade. Jo. Los geht's. Wer kriegt das denn? Alter, da fliegt ja alles. Haben wir überhaupt den... Ja, Kohl haben wir, Luder haben wir... Nicht. Luder haben wir nicht. Da vorne rennt noch eine Truppe. Oder? Ja, die müssen halt die Leute auch erwischen. Also gerade auch jetzt hier... Äh, Luder so... Ja, Luder ist weg. Das Entscheidende ist für mich, dass wir halt alle Anführer kriegen. Das tut jetzt richtig weh nochmal hinterher. You're my prisoner now. You're my prisoner now. You're my prisoner now. Irgendwann werden sie nur noch uns suchen. Weil sie sich denken... Wir greifen das an, was die meisten Truppen hat. Und ja, das sind dann wir. Und wieder Prisoners. Sehr schön. Ich muss mal ganz kurz jetzt... Ähm... Die Leute, die wir hier haben... Äh... Unsere Gruppe... Und wir haben ja hier... Wir sind da Outcasts. Das ist der mit den Pfeilen, ne? Der hier kommt in die... Vier. Den gute Matt. Der hat... Ähm... Schwärze. Ich überlege, ob der überhaupt... Der kommt in die 3. Das ist klar. Und Bortu kommt auch in die 3. Aber ihm... Der ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Eigentlich bräuchte der gar kein Pferd. Jetzt muss ich mal gucken. Ähm... Was ist er denn gut am Reiten? Ähm... Na, es geht. Er ist auch nicht der Beste im Polearm. Er könnte tatsächlich in die Truppen gehen. Würde ich mich... Also würde ich sagen. Dann braucht Dengul tatsächlich keine... Ähm... Und kein Pferd. Dazu auch. Ähm... Dann geht er einfach... Zu den Truppen. Und ihm könnten wir tatsächlich ein Schwert geben, das beides kann. Also das... Ähm... Einhändisch und zweihändisch kann. Oh, hi. Warte mal. Ich kann Dengul schon mal direkt reinpacken. In die 1. Ja, da ist er schon richtig. So. I'm Mersha. Who are you? Surrender or die. Yield or fight. Winterark. Entschuldigung. Ich freue mich ein bisschen über den nächsten Angriff. So, Dengul sollte dabei sein. Folgt mir mal. Ich habe so eine Idee. Okay. Hm. Hallo. So. Zwei sind weg. Sama the Falcon. Ich will ja nicht sagen, dass ihr Pech gehabt habt, aber ihr seid Pech gehabt. Okay. Da kommen jetzt die Pfeile rüber. Greif dann. Was? Hallo. Sie will ich haben. Einmal getroffen. Nein, nicht getroffen. Hol sie euch. Okay. Könnt ihr hier mal wehtun. Danke. Ja, da ist er. Da ist vorbei. Super. Das haben wir uns verdient. Nächste Gefangene. Und wir holen uns die Prisoner. Zack, 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 zack. Gucken wir mal die Marvelyons. Mal schauen, was die so noch können. So. Dann geht's weiter. Ich würde gerne die anderen Leute auch irgendwann haben wollen. Wie sieht's denn jetzt aus, Kollege? Ja. Blöd, ne? 28 Leute im Knasch. Ähm. Trade. Als allererstes. Zap. Zarap. Zap, zap. Dann gibt's hier noch das da. Dann gib mir mal da ne Pferde. So. Und. Ihmchen hier. Ich würde zwei Sachen machen. Er hat ja ein Schild. Ja, ne. Ich würde ihm einfach einfach ein viel besseres Schwert geben. Eins, womit er auch wirklich dann kämpfen kann. Boah, Alter, das ist so schwer. Das ist schon schwer, wie sonst was. Schön, das da. Prost schon. So, eigentlich bräuchte ich ein, also ich meine, wir sind ja jetzt sehr erfolgreich hier, ne? Ich überlege gerade. Und wenn ich einfach noch unsere anderen Leute holen, damit wir so ein richtig krasses Team haben. Und dann muss man gerade gucken, wie sieht's denn aus? Ähm. Nein, ich muss hier hin. Members. Parties. Ja, genau. Dann könnten wir tatsächlich Vladev Amprela Argon. Vladev Amprela Argon. Vladev Amprela Argon. Das wär's doch. Das ist unsere. Amprela gehört dem Feind gerade, ne? Und Argon gehört dem da. Ja, dann machen wir das doch. Ja, ne Maronat gibt's jetzt wieder in Ausstand. Mh. Vladev ist da. Argon ist Argon. Nicht doof? Argon ist hier. Ja, dann Abfahrt. Uiuiui. Die würde ich so gerne verhauen, aber dafür sind meine Truppen jetzt gerade doch nicht so heftig. Okay. Wir holen erstmal die Leute da. Weil sonst kommen wir da ja nie hin. Ach, Amprela wird gerade befreit. Das ist auch schön. Tja. Sionon ist auch noch nicht befreit. Also ich muss schon zugeben, ähm, wir haben es geschafft. Richtig krass. Die ersten hauen natürlich ab, was ja auch vollkommen okay ist. Ähm. Ah, die. Ich will halt versuchen, so gut wie möglich, die Batania zu schwächen. Ich meine, jetzt wo sie, sie können halt jetzt nichts machen. Das ist halt das Problem für die. Ich meine, die haben 7000 Truppen. Wir haben, wir haben das Doppelte. Wenn wir jetzt nicht angreifen, wenn wir es jetzt nicht packen, so richtig zu verhauen, dann haben wir irgendwas falsch gemacht, wenn ich ehrlich bin. Und das gleiche würde ich dann auch mit dem südlichen Empire machen. Ich meine, wir hatten die mal so klein gehabt. Also wirklich, ich habe so lange draufgehauen, dass die so klein waren mit Hut. Aber nein. Dann wollten alle Frieden. Also hier. Oh Gott. Oh nein. Na gut, okay. Aber da könnten wir auch wieder was wegmachen. Ich würde die Batania einfach in Schach halten. Hm. Das ist Ascyron hier. Ein Kut. Kut ist hier. Take your to party. Apropos party. Ich hole mir Zeta. Was ist los? Alles im Lode auf dem Boot. Was bist du eigentlich? Was kannst du? Ah, komm. Ist gegönnt. So. Das kann Kut. Kut. Kut kann mit dem Crossbow. Oh, Kut ist ein guter Crossbow. Der könnte zu den Arches gehen. Warte mal. Kut ist der Engineer. Hm. Ich meine, warum nicht eine Hickey Crossbow haben die sogar hier. Das sind Arrows, Arrows, Arrows. Das ist Bodken Arrows. Was können die denn nehmen? Gibt es da nicht irgendwie Bolts oder so etwas? Oder ist es egal? In Anführungsstrichen. Heavy Bolt. Da ist es doch. Ja, gut. Dann sind es die einzigen Bolts, die wir jetzt gerade für ihn haben. Er hat ein Schwert. Er hat das. Er hat das. Er hat das. Was er nicht braucht, ist sein Pferd. Das braucht er jetzt nicht. Und Partey er kommt in die 2. Wenn er ein guter Crossbowman ist, warum nicht? Also, dann müssten wir eigentlich nach Amprela, aber Amprela wird ja noch belagert. Ah, jetzt ist Amprela durch. Ist er noch immer da? Äh, falsch. Och, nö. No. Ja, ja. No, 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 no. Entschuldigung, was? Ich will lieber die anderen verkloppen. Hm. Jo, der ist noch in Amprela. Dann haben wir ja eine richtig heftige Armee dann. Also, nochmal mit den Leuten dazu. Unglaublich. Amprela Rebels Clan was destroyed. Amprela wird wahrscheinlich jetzt wieder an Temun gehen, ja. Sehr gut. Dad, you failed me. So. Wir haben noch immer 20 im Gegensatz zu 14. Und es wird noch schlimmer werden. Oh, plus 20 troops to settlement. Okay. Hm. Hey. Komm mal mit. Ähm, wir haben da was für dich. Ähm. Erstmal die große Frage. Wo gehörst du rein? Duwein. Duwein. Duwein ist ein guter Reiter mit einem Polearm. Super Typ. Ähm. Da, 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 da. Wir gehen mal train. Wir gucken, dass er alles schön hat jetzt, ja. Duwein the Faken. Hm. Falcon. Wir müssen irgendwann gucken, dass wir dir noch bessere Sachen holen. Also bessere Ausrüstung. Weil zum Beispiel die, entschuldige mich, hier nicht passen, aber die haben wir unten ja gefunden. Aber ansonsten hat er eigentlich alles. Ähm. Er müsste dann aber in die 3. so gesehen. Duwein the Faken müsste in die 3. So. Und dann müssen wir nur noch rüber nach Vladiv. Letzter, letzter Marsch. Und dann gucken wir, dass wir, oh, die holen sich Odok. Das ist auch gut. Sionon wird sich anscheinend geholt gerade, oder? Ne, Marunat wird sich gerade geholt. So. In Vladiv kriegen wir den letzten Maid. Hm. Da ist er doch. Askyron, der Bulle. Und dann was kann Askyron denn? Askyron ist ein typischer Nahkämpfer, der muss in den Nahkampf. Der kommt dann auch gleich in 1. Erstmal ab nach Tyrol. In Tyrol rüsten wir nochmal das eine oder andere aus und dann geht's rund. So. Ähm. Trade. Askyron. Du brauchst kein Pferd, wie ich das verstanden habe. Du brauchst auch keine Katefaktlanze. Das ist auch eine krasse Lanze eigentlich. Hätte ich mich recht insammeln. Du brauchst, mein Freund, du brauchst so ein Ding hier. Kann der noch irgendwas? Das hab ich mich jetzt gerade gefragt. Warte mal. Kann der irgendwie werfen oder keine Ahnung, braucht der irgendwie ein Zweihänder oder ich weiß es nicht. Weder noch. Der hat ein Polearm. Polearm soll er bekommen, glaube ich. Okay. Bruder bekommst, äh, falsch. Ich will nicht schmieden. Ähm. Recruit Troops. Nein. Aber hier gibt's auch keine. Gut, dann soll er den, soll er den, den Polearm behalten. Hat ja schon einen. Mhm. Dann haben wir das ja noch. Welches Schwert hab ich denn? König Stich. Okay. Ähm. Ich hätte mir fast überlegt, dass ich hier mehr sowas hole, aber ich würde sagen, wir verscherbeln den jetzt. Ähm. Wir haben Clay dabei. Wozu? Wir haben Grain und sowas. Na gut. Wir haben gut Fisch. Fisch ist ganz gut hier zu kaufen. Und wir bekommen noch ziemlich viel Geld. Das da kann weg. Das da kann weg. Das bedeutet für mich, Ascyron, der letzte im Bunde, der kann, der hier kann in die eins. Das ist unser Nahkämpfer. Britannian Volunteer. Er will einen Britannian Volunteer haben. Und ich geh dann mal hier hin. Und jetzt verscherbeln wir die Leute hier noch. Dann sind wir, glaube ich, ein bisschen schneller unterwegs. So. Okay. Das ist nice. So sehe ich mich jetzt. Also mit den Leuten drauf. Jescher hat Rogery sogar jetzt noch bekommen. Wir haben gute Verteidiger jetzt. Ähm. Und gute Kommandanten. Also ich weiß jetzt nicht, ob die direkt als Sergeants reingekommen. Apropos. Haben wir allen? Zwei. Eins. Drei. Drei. Zwei. Wir haben einmal vier, ne? Ja. Mies am the Outcast. Also jede Truppe hat quasi einen ja, einen Kollegen noch, der, ähm, höher gestellt ist. Oder wie man das auch immer nennen mag. Oh, Vladiv gehört uns wieder? Ne. Vladiv gehört schon immer uns. So. Alter, hier bekommst du ja nur die guten Leute. Warte mal, dann machen wir es so und den einen mit dem Mützchen holen wir hier raus. Ja, wahrscheinlich, also wahrscheinlich leveln die mit der Zeit und ja, wenn du halt, ähm, keine Truppen dann holst, dann hast du auf einmal überall Torguts rumliegen, ne? Ich gebe mir jetzt gerne mal die Mühe. Ich hole mir einfach nur die besten Leute. Ezo macht sich gerade. Hier sind die ersten Truppen. Ja, meine Güte. Wenn ich jetzt nach Baltacant komme, werde ich wahrscheinlich auch mir die besten Leute wiederholen können. Tja, so muss es halt sein, ne? Ne, ich hier nicht mal so sehr. Aber ich hole die mir schon mit, achso, ich hole die mir schon mit Pferd, aber ich muss noch was anderes machen, nämlich, hier gibt es nämlich richtig viele Sachen, die man sich holen kann. An Pferden. Das ist so die Pferdestadt, glaube ich. Mikri. Ja, Mikri ist er. Glauben wir gar nicht, dass man so viel Geld ausgegeben hat für die ganzen. Okay. Die Autogard hat wieder Probleme. Okay. Das bedeutet für mich, jetzt, jetzt knallt es gleich hier. Das erste, was ich mache, ich marschere da runter. Und wir werden die so lange aufreiben, bis die nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist, aber hier fehlt mir auch schon Essen wieder. Kaufe mal ein bisschen was davon. Ähm, Partey? Äh, nein. Ähm, Recruit Troops. Das ist ja meine eigene Stadt hier. Da gibt es ja auch nochmal was, was ich mitnehmen kann. So. Müssen mal gucken, dass wir genug Essen ranschaffen für die Leute hier. Oh ja. Ja, toll, herzlichen Glückwunsch. Zimmer schon voll. Wie erlaubt ihr denn? Geh mal her. Ich bring das grad mal rüber. So. Guter. Und hier noch ein bisschen. Und hier noch ein bisschen. Gönn euch, Leute. Ähm, ich hab gesehen, ich hab gesehen, ihr habt auch hier ein Pferd. Okay. Das heißt für uns jetzt richtig Krieg. Na gut, aber da können wir auch alte Gebiete wieder bekommen. Also, das kann jetzt auch mal nichts schaden. By-Products. Grain, die haben nichts. Sollten eigentlich Wolle haben, aber nicht mal das Sonne. Ach, Ampräler, was fehlt Ampräler denn jetzt? Truppen wahrscheinlich, ne? Grain auch. Bisschen Grain. Ähm, aber was viel wichtiger wäre, die haben ja auch null Truppen. Wie sollen das hier auch klappen? Ähm, pass mal auf. Ich gebe meine normalen Ah, nein. Shit, die kann ich gar nicht. Ähm, das kann ich gar nicht machen. Hm. Das kann hier auch nicht funktionieren. Warte mal. Ich gebe mal hier so den einen oder anderen darüber. Die Nomaden. Ähm. Ansonsten habe ich hier niemanden, wo ich sage, die sind gelöst. Uiuiuiuiui. Komm, dann lassen wir die drei Nomaden einfach mal da. Das ist halt echt ein Problem gerade. Ich habe gerade eine riesige Armee. Ich meine, gut, auf die drei kommt es jetzt auch nicht an. Oh, 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 oh. Okay. McLaurer Castle, Balgard. Hab ich Kriter gehört? Ich denke, dann Glennis. Okay, ich muss wohl echt nach oben. Oh, und hier. Das sind so Städte, die müssen wir uns irgendwie wieder zurückholen. Tja, das ist natürlich doof, wenn man kaum Nahkampftruppen jetzt hat. Also, wir werden jetzt, glaube ich, nach und nach wieder Nahkampftruppen holen müssen. Sonst fliegt uns das alles hier noch um die Ohren. Also, das ist halt nicht so geil. Wir haben gute Leute, also, das muss man auch sagen. Also, wir haben wirklich gute Leute dabei. Wir haben gut ausgebildete Leute. Aber, müssen wir mal gucken. Genau, hier, wir haben nicht viele. Ich meine, warte, ich schiebe die mal hin und her. Einfach nur damit, wir einfach mal so ungefähr sehen, was wir da haben. Das Problem ist, wenn unsere Heroes alleine in den Krieg gehen. Das ist dann auch nicht so gut. Ja gut, wir haben 15 von diesen Elite Marvellion. Okay, von hier haben wir aber auch noch ein paar schwache. Ah, Karngard, Alter, 63 Karngards. Okay, kein Wunder, dass wir die Leute teilweise so runterschießen von den Pferden. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich würde vielleicht gucken, dass wir noch hier so die ein oder andere hier noch bekommen. Wir haben noch zwei solche Leute, damit wir die halt auch einspannen können in den Kampf. Da wird wie gesagt die erste Reihe dann nicht, ich meine, die Reiter sind ja so oder so da, aber wichtig wäre für mich halt auch ein bisschen Rückhalt zu haben für den einen oder anderen. Guck mal, da haut einer von mir ab und wie er von mir abhaut, Arion. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, hier, kleines Gewusel hier. Der hat schon Schiez, ah, wie ich denn noch? Ne. Angst hat er trotzdem. Ich meine, die können uns eigentlich nichts entgegensetzen. Oh, da kommt eine Armee. Wenn die denn angreifen, greife ich mit an. Ja, greife an. Bin ich dabei. Jo, da bin ich dabei, habe ich gesagt. Ähm, Declare War, nein, nicht schon wieder Krieg gegen die. Das könnte sehr interessant werden, gerade mit unseren Leuten, aber ich würde sagen, die Schlacht machen wir beim nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf DAT. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020